Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5. In der letzten Folge haben wir angefangen, uns auf den Weg zur Chemiefabrik zu begeben, wo wir jetzt einsteigen. Die Aufnahme läuft perfekt, gut. Dann schwimmen wir da jetzt mal hin. Okay, using the oxy-hydro-cutter on the grill. That's burning at over three and a half thousand degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? You've got a limited supply of gas in the cutter, so get this right. Das klingt ja spaßig. Mit der Maus geht das halt einfach so viel besser. Es ist zwar so ein bisschen verzögert, aber es geht halt echt deutlich besser. Mit dem Controller wäre das wieder ein ordentlicher Krampf. Ich hoffe, das reicht überhaupt, dass wir das einfach nur so lange machen, bis es rot ist. Es knackt ja auch jedes Mal. Das sollte es machen. Okay, wir sind hier halt einfach, einfach im Abwassertunnel. Lecker, lecker. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're a hundred yards out. Ah, I feel like I've given a colonoscopy to the statue of happiness. Nice change from being up Trevor Phillips' ass all day. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. Ah, I know for a fact that that ain't true. Alles klar. Ich find das manchmal echt lustig. You know what this job is, I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Yeah. Yeah. Ähm... Manchmal ist die, ähm... Übersetzung aber so wie sie da steht nicht ganz richtig. Das ist mir auch so bei den Autos aufgefallen. Er hat halt gesagt so His and Hers. Und, ähm, da hat Trevor halt was ganz anderes gesagt, also im Untertitel stand was ganz anderes, irgendwie für jeden eins oder so. Dabei heißt es eigentlich, seins und ihrs, das ist irgendwie so ein Ding in den USA mit den Kennzeichen und so. Ist ein bisschen cringy. Wenn hier jetzt jemand gewesen wäre, dann RIP. Wie sind wir? Hä? Sind wir bereit? Ich war geboren. Lass uns das machen. Komm mal Dave, was ist der Plan? Hey, hey, hey. Wir lösen die Toxin und actionen unsere Erkrankungsstrategie. Das ist was wir haben. Great, leid den Weg. Danke, Rob. Alles klar. Die Waffe nehme ich aber mit. Überraschung. Überraschung. Wie fühlst du damit? Ich fühle mich ziemlich gut. Ja, wenn nur deine Kamera-Kruhe hier wäre. Auf der Seite, komm mal. Wir sind gut. Geh auf. Zwei Laufgeekte. Wir müssen mit ihnen arbeiten. Ich dachte, ich könnte hier auch im Internet surfen. Das wäre lustig. Lass uns weitergehen. Durch hier. Bleiben bei dieser Wall. Sicherheit ist bereit, um hier zu kommen. Das sind sie. Geh sie weg oder lasse sie weg. Ich lebe dich. Geh weg. Wir haben ein bisschen Zeit. Du hast das Akzesskarte. Schraub uns in. Der Laborat in der Kugel voran sollte das Geheimnis haben. Komm mal. Du. 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 Du kannst da nicht in hier. Der tunten. Die Mechane mechanismus ist schrecklich. Von der inside. Warten. Wir haben eincsin. Ich bin auf! Ich bin auf! Du! Du. 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 Wir haben Collateral. Du. Du kannst das sehr lange. Auf Wiedersehen. Warning. Facility has been breached. You got the right weapon? This shit's about to get real. Check detail there! It's a grim business! Look at this idiot! We gotta go! We gotta go! Sagt bloß! Wir haben halt bisher überall nur den Schalldämpfer drauf. You chose the wrong line of work! Left up here! Push for the exit! Along here, to the left! Who's the man? Don't shoot me! I'm carrying nerve toxins here! We gotta move on! Ja, die Schrotflinte ist schon sehr effektiv. Oh, man kann die tatsächlich erschießen. Der hätte mich fast umgebracht. Kann man die irgendwie freilassen? Leider nicht. Bestimmt beißen die sonst. Final search! Let's get that hot sauce in the fridge! A distress signal will have been sent out. Expect free enforcement. The military? Terry? Alles klar! Einen Schuss und er ist direkt down. Geil! Oh, man. Na, das war ja lustig. Der Toxin ist volatil. Wir müssen sie in eine Refrigeration-Unit. Die Sicherheit wurde kompromisiert. Warnung! Warnung! Es wird hier schwer werden. Use eine reale Gäste! Die Sicherheit! Die Sicherheit! Geil! 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 Du darfst ihn auch gern treffen. Das ist jetzt nicht so das Ding! Komm ich hier eigentlich rein? Nö. Oh, ich wurde plötzlich geheilt. Ein Wunder. Konnte man nicht auch irgendwie Snacks essen? Nein, ich rufe Jimmy jetzt nicht aus dem Überfall an. Das ist, glaube ich, nicht so das Smarteste, was man machen kann. Was, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. So ein Idiot. Das ist, glaube ich, ich habe eine Nerf-Buckin-Egen in meinem Kopf und eine Battalion von Soldaten auf meinem Arsch. Nicht schreien, ich habe Nerf-Toxins hier. Komm, komm, komm. Was? Ich war doch bei weitem noch nicht tot. Ich hatte doch eben noch grünes Leben, als ob. Ach, es ist so nervig. Und alles wieder neu. Das ist doch nicht in Ordnung. Also jetzt ernsthaft. So, ab jetzt hat es sich halt sowieso ausgespielt. Du hast die richtige Weapon? Das Sch*** ist about to get real. Security-Team! Jetzt gehen wir mal ein bisschen spaßiger vor. Irgendwo hier. Achso, hier hängt so ein Ding. Okay, das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. So, ab jetzt hier. Zu der Leitung. Ich will nicht hier sein. Dann können wir gehen. Ich will nicht sein, wenn Michael ein Böger im Test-Tub. So, der Typ ist dann auch Geschichte. Auf Wiedersehen. Kann man sich auch wieder heilen, lol. Das habe ich bisher gar nicht gesehen. Moment. Kann man sich hier irgendwo nochmal heilen? Sieht schlecht aus. Ich bin ein fucking Marine. Du hast mich in den wrongen Platz und wir sind alle fucked. Put den Agenten auf den Eis. Refrigernation unit in der Container. Hier wir gehen. Get her auf den Eis, bevor die Sell-Buy. Okay. Steady. Easy does it, him. Just als ich bin, habe ich die Apokalyse in meinem Pocket. Okay, hier geht's. Phillips ist auf den Weg. Gut, mach das Ding bereit, um zu gehen. Ich bin nur ein paar Klicks raus. Ist das Paket bereit? Das Paket ist bereit. Geh hier, Mann. Ich kann nicht glauben, dass sie das Tank aus dem Polino-Job auf dem Chopper verholt haben. Das fliehende Pigg-Rig. Und wir brauchen jetzt einen fliehenden Pigg-Rig. Alles klar. Äh, wo sind die denn da? Irgendwo da ganz hinten. Ach so, da, wo es rot-Dingst qualmt. Okay, okay. All right, uh, you go, I'll stay in cover. Warum? Das war so fucking unnötig. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars, but made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Ups. Wir machen das Ding halt eh kaputt. Ups. Ähm. Ich weiß so ungefähr, was ich tue, keine Sorge. Perfekt. Das war doch super. Hey Frank. Das war krank, Mann. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? I mean, they're probably decorating him right now. Hey, Davey. Your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What is this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Huh. Yo, alright, man. Well, shit, I'll holler at you later then, alright? What a shit show. I'll tell you what. You can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. I'm sorry. Everyone I love, abandoning me. I am not abandoning you. I am going home. I treat you. I know. I know. Oh, no. Jetzt muss ich Trevor von Patricia trennen. Oh. Tut mir schon irgendwie ein bisschen leid für ihn. Er mochte sie ja wirklich. Sie war ja irgendwie auch eine Autoritätsperson für ihn. Tja. Aber das hat jetzt wohl leider ein Ende. Also... ... haben wir den Zaun kaputt gemacht. Nein. Bleib. ... ... ... ... ... Otherwise, the other ear. Of course. The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Wie hier immer einer von denen rumsteht. Auf Wiedersehen. So. Der andere chillt da einfach so neben und guckt einfach nur dumm. Ähm. Ja, aber ich würde sagen, wir setzen hier einen Kass... Lol, er tut uns nicht mal was, obwohl er einfach wieder aufsteht. Ähm, wir setzen hier einen Kass über eine Bewertung und einen Kommentar. Freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann... Ähm, ja. Können wir mal wieder in die Stadt mit Trevor fahren. Das wird interessant. Gut, bis dahin. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.